Wollen Sie Ihr Gehirn fit bringen? Gehen Sie zu Fuß! Erickson von der Universität Pittsburgh hat Folgendes gesagt. 10 km pro Woche laufen uns von dem Verlust von Hirnmase Schutz, den wir alle im Alter erleiden. Darüber hinaus entwickelt das Gehen das Gedächtnis unabhängig vom Alter. Wenn man durch einen Ball geht, was die Japaner Shirinjuku nennen, sind das Stressniveau. Das Team von Professor Morita an der Universität von Tokio hat es beweist. Und Sie haben noch einen dritten Vorteil. Laufen steigere Ihre Kreativität, wie Marilio Pesco von der Stanford Universität veröffentlicht hat. Mehr Gedächtnis, weniger Stress und mehr Kreativität. Nicht schlecht für eine so einfache Übung. Wenn Sie heute Ihre Arbeit verlassen, gehen Sie 20 Minuten zu Fuß, anstatt direkt mit dem Auto oder mit dem Zug zu fahren. Wenn es in einem Ball oder Park stattfindet, noch besser. Sie müssen nicht darauf warten, um die ersten Ergebnisse zu sehen. Die Wirkung kommt sofort. Laufen Sie diese Woche und erzählen Sie mir Ihre Erfahrung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.